Andy, du hast zwei Kilo Drogen gekauft. Ich nehme Speed. Speed. Ja. Ich habe immer gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich will, dass du mit dem Speed auflöschst. Ich meine, es hat schon Nebenwirkungen, aber mittlerweile fühlt es sich so an, als hätte mein Tag drei Stunden mehr. Du kriegst alles ganz schnell gepackt. Du kannst stundenlang ficken, wenn du alles richtig machst. Und du nimmst einfach nicht zu. Jeff, ich brauche das jetzt. Diese Scheiße ist dir wirklich passiert. Sie sind der Autor. Und er hat Unrecht. Kann ich auch so ein paar haben. Nein, für mich in 43. Nie wieder zärtlich öffnet sie seine engen Jeans. Es tut mir leid. Willst du die am Ende alle nehmen? Letztendlich schon. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020